Eine viel zitierte Anekdote über die Konkurrenz zweier Künstler im antiken Griechenland geht in etwa so. Zeuxis malte im Wettstreit mit Paracius so naturgetreue Trauben, dass Vögel herbeiflogen, um an ihnen zu picken. Daraufhin stellte Paracius seinem Rivalen ein Gemälde vor, auf dem ein leinener Vorhang zu sehen war. Als Zeuxis ungeduldig bat, diesen doch endlich beiseite zu schieben, um das sich vermeintlich dahinter befindliche Bild zu betrachten, hatte Paracius den Sieg sicher, da er es geschafft hatte, Zeuxis zu täuschen. Der Vorhang war nämlich gemalt. Der Römer Plinius der Ältere berichtet dies in seiner Historia Naturalis. Im Wettstreit gelingt es Zeuxis und Paracius so naturgetreu zu malen, dass sie Augen von Tier und Mensch täuschen. Um diese Augentäuscher, die sogenannten Troublöi, soll es hier gehen. Grundsätzlich stellt alle gegenständliche Malerei eine Täuschung des Betrachters dar. Immer soll eine plausible Realität der Bildobjekte suggeriert werden. Das Troublöi, französisch für Täusche das Auge, ist eine Kunsttechnik, die mit naturalistischen Darstellungen die überzeugende optische Illusion schaffen will, dass die abgebildeten Gegenstände oder Orte real in drei Dimensionen existieren, physisch fassbar oder erfahrbar sind. Dabei sind korrekte perspektivische Konstruktionen, die Einbeziehung des Betrachterstandpunkts, die darauf abgestimmte Gestaltung von Licht und Schatten sowie die glaubwürdige Darstellung von Materialität und Haptik entscheidend. Gelungene bildnerische Augentäuschungen sind also ein Beleg für die handwerklichen Fähigkeiten des Künstlers, sagen aber auch etwas aus über die Sehgewohnheiten der Betrachter, mit deren Wahrnehmung und Erwartung hier gespielt wird. Die ältesten erhaltenen Troublöi sind illusionistische Wand- und Deckenmalereien in Pompeji, wo Räume scheinarchitektonisch vergrößert oder Möbel und Statuen vorgetäuscht wurden. Im Mittelalter geriet die Technik wie so viele andere in Vergessenheit, lebte aber von Italien ausgehend mit der Wiederentdeckung der Perspektive in der Frührenaissance wieder auf. Seit dem 15. Jahrhundert versuchte man vorzugsweise in profanen und sakralen Innenräumen mittels gemalter Scheinarchitektur Ausblicke durch vermeintliche Fenster und Kuppeln zu schaffen. So sollten die real kleinen Räume durch gemalte scheinarchitektonische Erweiterungen optisch vergrößert werden. Manchmal war aber auch ein genussvoller arkadischer Landschaftsausblick gewünscht. Die katholische Kirche nutzte indes während der Gegenreformation des Barock die illusionistische Überzeugungskraft der Malerei, um die flachen Decken kleinerer Kirchen als gewaltige Kuppeln erscheinen zu lassen oder aber um visuelle Direktverbindungen zum göttlichen Himmelreich zu schaffen. Im Laufe des 17. Jahrhunderts spezialisierten sich dann zunächst in der niederländischen und flämischen Tafelmalerei, später aber auch in Frankreich, Künstler auf illusionistische Einzelgemälde. Anstatt wie bei der simulierten Architektur durch eine raumerweiternde Tiefenwirkung bestechen die nun geschaffenen Werke dadurch, dass die dargestellten Alltagsgegenstände aus der Bildebene heraus in Richtung der Betrachter zu ragen scheinen, körperlich greifbar wirken. Als Motive dienen Nischen mit Blumen und Früchte still leben, Regale oder Schränkchen mit Kleinodien, Bretterwände mit Grafiken und Briefen oder auch Jagd still leben mit erlegtem Wild und Waffen. Eine besondere Form des Trombleu ist das ebenfalls im 17. Jahrhundert aufkommende Quadlibet, lateinisch für »wie es beliebt«. Ein bekanntes Quadlibet-Motiv sind täuschend echt aussehende Schriftstücke mit oft lesbarer Handschrift oder gedruckten Zeilen, zum Teil eingerollten Ecken, knittrigen Faltungen, Rissen und Eselsohren. Oftmals hängen die dargestellten Gegenstände zum Beispiel an einer Holzwand. Gerade bei den niederländischen und flämischen Quadlibets wurde diese naturalistische Perfektion der dargestellten Steckbretter mit Erinnerungsstücken, Papieren und persönlichen Alltagsgegenständen im Grad der Illusion auf die Spitze getrieben. Der Maler Samuel van Hoogstraaten wurde 1627 im niederländischen Dordrecht geboren, wo er auch 1678 verstarb. Ab 1641 wurde er in der Werkstatt Rembrandts ausgebildet, hielt sich später unter anderem in Rom, Wien und London auf. Er war nicht nur Künstler, sondern auch Autor bekannter Trauerspiele und Gedichte. Samuel van Hoogstraaten gehört mit dem vorliegenden, auch so betitelten Augenbetrüger Stillleben zu den prominentesten Vertretern dieser besonderen Gattung, an der er zwar Vergnügen fand, die er selbst jedoch lediglich als Spielerei einschätzte. Die eigentliche Aufgabe der Malerei, so van Hoogstraaten, liege in der Schaffung von Historienbildern. Die in diesem Werk abgebildeten Gegenstände sind täuschend echt gemalt und stellen diese in Originalgröße mit einer der Realität entsprechenden Lichtführung samt Schattenwirkung dar. Der Betrachter kann so leicht der Täuschung anheimfallen, statt eines Gemäldes die tatsächlichen Dinge vor sich zu haben. Wie auf einem realen Steckbrett, dem Vorläufer heutiger Pinnwände, hat der Künstler scheinbar wahllos und ungeordnet mehr als 20 Gegenstände angeordnet. Diese werden von zwei quer verlaufenden, schmalen, mit Messingnägeln fixierten Lederbändern gehalten. So findet der Betrachter beispielsweise eine gerollte Broschüre mit Deckblatt vor, eine an einem Nagel hängende Papierschere, ein Seidenband mit einer von Edelsteinen umrahmten Gämme, eine Schreibfeder samt Federmesser zum Anspitzen, ein Buch mit rotem Ledereinband, Siegellack und eine bügellose Brille, ein sogenannter Kneifer. Die Mehrzahl dieser Objekte sind Gegenstände seines persönlichen Gebrauchs und stehen mit dem Maler selbst in unmittelbarer Verbindung, verweisen auf biografische Ereignisse. Das Bild kann daher als ein verstecktes Selbstbildnis von Hoogstraatens gelesen werden. So stützen das Buch und die zwei Broschüren den porträtartigen Charakter der Darstellung, da sie sich durch die sichtbaren Buchstaben und Textteile von Hoogstraatens eigener schriftstellerischer Tätigkeit zuordnen lassen. In diesem Zusammenhang gehören auch Federkiel, Federmesser, Siegellack, Schere und das gerollte Papier als Handwerkszeug des Schreibenden. Die Brille verweist als Abbreviatur indes auf die visuelle Wahrnehmung des Malers. Sie ist, kokettierend, einem handschriftlichen Schriftstück zugeordnet, das seine Malkunst und die Fähigkeit zur täuschenden Nachahmung rühmt. Auch die Porträtmedaille mit Ehrenkette verweist auf die Anerkennung und den Wohlstand, den der Künstler durch seine Kunst erlangte. Sie war ein Geschenk Kaiser Ferdinands des Dritten, der von einem seiner Werke so beeindruckt war, dass er es im Austausch für die Medaille gleich behielt. Schere, Messer und das aufgerollte Band können neben einer mehr praktischen Erklärung ebenso als Vanitas-Elemente auf das Lebensende deuten. Sie dienen als Memento Mori, die an die eigene Sterblichkeit und an die Vergänglichkeit des Ruhmes erinnern. Hierzu passen auch die beiden Kämme. Erscheinen sie zunächst lediglich als Gegenstände des täglichen Gebrauchs, so verweisen sie zugleich auf die notwendige Reinigung der Seele und die Ordnung der Gedanken im Leben und vor dem Tod. Die bildnerischen Mittel sind in diesem Werk so eingesetzt, dass ein Höchstmaß an Naturtreue in der Darstellung erreicht wird. Der Betrachter entdeckt beispielsweise eine bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Zeichnung, bei der man sich kaum vorstellen kann, dass sie mit Pinsel und Farbe angelegt wurde. Begünstigt wird dieser Eindruck durch einen im Duktus spurlosen Auftrag der Farben, die jeden Gegenstand in seiner Materialität treffend charakterisieren. Die Hauptfarben sind verschiedene Rottöne, Ocker und Weiß, dazu Beige und Blaugrau. Der Untergrund in einem dunklen Braunton lässt die übrigen Gegenstände in ihrer Farbigkeit gut sichtbar hervortreten. Das von rechts oben einfallende Licht ist das wichtigste Element in Van Hoogstraatens Bildregie. Es erzeugt durch den geschickten Wechsel von hell und dunkel eine reliefartige plastische Wirkung. Dabei leuchten die vom Licht getroffenen Partien und die von Natur aus weißen Objekte, beispielsweise die verschiebenen Papiere, besonders hell auf und stechen so ins Auge. Das Zusammenwirken der bildnerischen Mittel ergibt einen so hohen Grad an stofflicher Wirkung, dass man mühelos die einzelnen Materialien unterscheiden kann. Glattes oder geknittertes Papier, mattes oder glänzendes Metall, sprödes Holz oder hartes Elfenbein. Fragt man nach dem inhaltlich-narrativen Ausdruckswert des Bildes, so kann man ihn weder als ganz offensichtlich noch als fehlend bezeichnen. Er kommt jedenfalls nicht durch eine expressive Farbigkeit oder einen leidenschaftlichen malerischen Duktus zur Wirkung. Beim hier vorliegenden hohen Grad an sachlicher Genauigkeit kann also die inhaltliche Aussage lediglich indirekt erschlossen werden. Die einzelnen und kombinierten Gegenstände werden Ausdrucksträger. Hier erlauben sie etwa folgenden Rückschluss. Der Zufall hat dieses alltägliche Strandgut eines offenbar kultivierten Besitzers so zusammengebracht. Das heißt, er hat Dinge, mit denen er umgeht, zur besseren Verfügbarkeit und nach einem privaten Ordnungsprinzip weggesteckt. Dieser inhaltlich scheinbar wenig aussagekräftige Eindruck ist aber doch unzutreffend. Vielmehr beschäftigt den Künstler wie viele seiner Zeitgenossen der Gedanke an Tod und Vergänglichkeit, an die eigenen materiellen Eitelkeiten in einer Zeit geprägt von den Nachwehen des Dreißigjährigen Krieges und des Spanischen Erbfolgekrieges. Van Hoogstraaten erlebt, wie die aufkommende Wissenschaft alte Gewissheiten infrage stellt, die Pest Stadt und Land verheert und wie schwere Missernten immer wieder Elend und Hunger bringen. Das Werk ist also auch der bildgewordene Versuch einer Antwort auf die Frage, was nach seinem irdischen Leben von dem Menschen Samuel van Hoogstraaten bleibt. Aber lassen wir uns nicht durch unsere Augen täuschen. Ein Mensch ist nicht erkennbar an seinem Besitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017